Hi, ich bin Manuel, CTO von Sinteract. Die Rehabilitation von Handverletzungen kann sehr monoton und langweilig sein. Wir haben einen Handschuh entwickelt, der die Fingerbewegung misst und zur Reha-Übung mit motivierenden Computerspielen verbindet. Dadurch sind PatientInnen motivierter, TherapeutInnen können den Fortschritt besser nachvollziehen und außerdem kann remote trainiert werden, was gerade in Ländern, in denen es nur wenige Kliniken gibt, eine große Hilfe sein kann. Wir von Eldertec haben die Vision, eine optimale Situation für unsere Liebsten im Alter zu schaffen, trotz und mit dem demografischen Wandel. Schon jetzt unterstützt die Eldertec App Familien mit SeniorInnen bei der häuslichen Versorgung durch einfachste Kommunikation einerseits und Organisation zur Aufgabenteilung innerhalb der Familie andererseits. Unser ganzheitlicher Ansatz bringt die professionelle Pflege, Angehörige und SeniorInnen einfacher und digitaler zusammen, damit alle an einem Strang ziehen, füreinander und miteinander. Die FEF ist ein Forschungs- und Entwicklungsdienstleister in allen Bereichen rund um die Schweißtechnik und Fügetechnik, von der Prozessentwicklung bis zur Fertigung. Da Fügen unglaublich vielfältig und komplex sein kann, wird die Produktionsdatenerhebung und deren Interpretation immer wichtiger im Kontext moderner Fertigungsvorgänge. Durch unsere Verbindung von Prozess- und IT-Expertise entwickeln wir für unsere Kunden individuelle und zielorientierte Lösungen, um Prozessdaten zur Optimierung ihrer Fertigung und Qualität zu nutzen. Von der Machbarkeit bis zur Umsetzung begleiten wir Unternehmen bei der Einführung von Digitalisierungslösungen in der Fügetechnik. Mit Grivi entwickeln wir einen digitalen Trauerbegleiter. Mit validierten Methoden, die auf kognitiver Verhaltenstherapie basieren, lernen unsere Nutzer gesunde Strategien zur Bewältigung ihrer Trauer. Im Vergleich zu bestehenden nicht-digitalen Angeboten ist Grivi jederzeit und überall erreichbar, hat eine geringe Hemmschwelle zum Erstkontakt und ist komplett wissenschaftlich evaluiert. Grivi bietet Trauernden damit eine vertrauenswürdige, barrierearme und sofortige digitale Lösung für ihren Trauerprozess. Wir sind Incipio aus Aachen und wir ermöglichen optimierte Operationsplanung mithilfe von künstlicher Intelligenz. Viele komplexe chirurgische Eingriffe erfordern im Vorfeld eine patientenindividuelle Planung am Computer, denn jeder Patientenfall ist einzigartig. Unsere Software befähigt Chirurginnen und Chirurgen, diese Planung einfach, intuitiv und schnell durchzuführen, um eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen. Incipio – KI-optimierte Operationsplanung mit nur wenigen Klicks.